Hallo YouTube und herzlich willkommen zu eurer Ausblick-Folge. So wird Update 011.3 um den 14. April herum erwarte ich dieses Update auf dem Live-Server und hier wollen wir euch erstmal die wichtigen Informationen mitgeben und die auch auf dem PTS hier zeigen, was euch in diesem Update erwartet. Viel Spaß! Moin Seekräuter und Wohnzimmer-Kapitäne. Schön, dass ihr dabei seid bei diesem Video. Ja, Update 011.3, wie ich eben schon sagte, um den 14. April herum denke ich, wird dieses Update auf die Live-Server aufgespielt werden und wir sind dann schon im Teil 2 des Vorabzugangs der italienischen Zerstörer. Und tatsächlich hat der Teil 2 diesmal ein paar mehr Inhalte dabei, als zuletzt mit den panasiatischen Kreuzern, wo es ja nur eine Flagge gab. Jetzt haben wir hier bei Teil 2 auch eine Sammlung dabei für die italienischen Zerstörer und das liegt einfach daran, dass eben die italienischen Schiffe aktuell noch nicht die Möglichkeit haben, eine zweite Flagge auf ihren Schiffen anzubringen bei Zerstörern, Kreuzern und Schlachtschiffen. Und das wird mit dieser Sammlung jetzt nachgeholt. Diese Sammlung besteht aus drei Abschnitten. A6 Elemente. Und jedes Mal, wenn man halt einen dieser Abschnitte vervollständigt, kann man dann jeweils die zweite Flagge eben auf die verschiedenen Klassen dann raufsetzen. Wenn man dann die komplette Sammlung vervollständigt hat, dann ist man sogar in der Situation, dass man hier ein T6 Premium Schiff geschenkt bekommt und zwar die Leone sowie die zweite Andenkenflagge für eben den Vorabzugang Teil 2 der italienischen Zerstörer. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie bekommt man denn diese Sammlungsgegenstände? Die wird nämlich nicht aus Zufallscontainern oder solchen Sachen, also diese täglichen Containern vervollständigt werden, sondern sie wird durch Event-Container vervollständigt. Das heißt, wir werden uns in dem Update 0f3 irgendwie Event-Container erspielen dürfen und da drin sind dann die Sammlungsgegenstände und damit können wir dann halt die Sammlung dann vervollständigen. Vervollständigen können wir in Zukunft auch wieder unsere Forschungsbäume, wenn wir denn möchten, denn die Superschiffe oder wie ich sie nenne, die T11 Schiffe, gehen jetzt in die Forschungsbäume rein. Die Testphase ist vorüber, zumindest für einen großen Teil der Superschiffe und wir haben jetzt hier zum Beispiel bei den Japanern dann die Satsuma oder die Yamagiri jeweils als T11 Schiff dann mit in dem Forschungsbaum drin. Ganz kurz nochmal zu den Regeln, um überhaupt die Yamagiri oder Satsuma jetzt hier in diesem Beispiel erforschen zu können oder eben kaufen zu können, müssen wir mindestens drei T10 Forschungsbaumschiffe erforscht haben. Das heißt also, als Beispiel jetzt, wir müssen die Yamato, die Sao und die Shimakase erforscht haben, damit wir überhaupt Superschiffe erforschen können oder freischalten können und dann können wir halt, wenn wir die Yamato dann auch haben, die Satsuma freischalten und wenn wir die Shima haben, dann eben auch die Yamagiri freischalten. Haben wir jetzt die Shima und die Yamato nicht, aber von anderen Nationen die T10 Schiffe, dann sind wir zwar prinzipiell berechtigt, Superschiffe freizuschalten, aber wir brauchen jedes Mal, um das T11 Schiff zu bekommen, eben das jeweilige T10 Schiff davor. Nächster wichtiger Punkt ist, dass die Superschiffe oder T11 Schiffe, ich sage immer nochmal beide Namen, hier nicht zurückgesetzt werden können für die Forschungsbüro. Ist ja oft so, man sieht jetzt hier jetzt auch, wenn man hier rüber geht, die Yamagiri wird ausgegraut, obwohl ich sie besitze. Das heißt, es wird nur von der Shima bis zu dem T1 Schiff der Forschungsbomb zurückgesetzt. Das heißt, wir geben einmal relativ viel Kohle aus, hier für die Satsuma zum Beispiel 57 Millionen Credits und die bleibt dann quasi in Anführungsstrichen ewig in unserem Bestand. Ganz kurz zusammengefasst, Superschiffe und Schrägstrich T11 Schiffe sollen Fantasieschiffe sein, die sich so wahrscheinlich logisch entwickelt hätten, laut World of Warships Fantasies, zumindest wenn Flugzeugträger sich im Zweiten Weltkrieg damals nicht durchgesetzt hätten und die konventionelle Seekriegsschiffsführung nicht so stark beeinflusst hätten. Jetzt haben sie für viele Bäume bereits schon T11 Schiffe vorgestellt, eingeführt und wir konnten die die letzten Monate testen. Jetzt, wie gesagt, sind sie eben im Forschungsbomb integriert mit dem Update 0F3 und die haben natürlich auch wirtschaftliche Boni. Und die sehen aber anders aus, als das, was wir bis jetzt in World of Warships erlebt haben. Ganz kurz einmal zusammengefasst, der Credit-Punkte-Einkommen wird durchschnittlich bei diesen T11 Schiffen genauso sein wie bei T10 Schiffen. Sonst ist es ja eigentlich immer so, dass man beim T8, T9, T10 Schiff und so weiter immer einen anderen wirtschaftlichen Erfolg hat. Also T10 Schiffe, die meisten Credits generieren und so weiter. Da gibt es dann noch Abstufungen mit Premium-Schiffen und Spezialschiffen und so weiter. Aber um es einfach zu halten, prinzipiell Yamagiri T11 Zerstörer wird also so ähnliche Credit-Punkte-Einkommen generieren wie die Schimakase. Dazu wird aber die Wartungskostenschwelle hochgesetzt, nämlich auf 360.000 Credits. Und das bedeutet, wir haben ähnliche Einkommen wie bei der Schimakase, bezahlen aber mehr Wartungskosten. Das heißt, damit will WG diese Schiffe ein bisschen weniger attraktiv machen, dass sie quasi jetzt total boomen und den Matchmaker, der eh schon ziemlich durcheinander ist, um es mal so auszudrücken, noch weiter durcheinander zu bringen. Und eine Überpopulation, so schreiben sie selber, von T11 Schiffen auf den Live-Server eben zu verhindern. Nächster Punkt ist, es wird Premium-Tarnungen geben für diese T11 Schiffe, aber ihr werdet auf diesen Premium-Tarnungen keine Vergünstigungen für Wartungskosten finden oder Credit-Punkte-Erhöhungen, also Einkommen. Dafür gibt es einen Extra-Bonus auf die EP je Gefecht. Hier sind es nämlich jetzt nicht mehr 100, sondern 150 Prozent. Nichtsdestotrotz können wir aber auch unabhängig davon natürlich verbrauchbare Tarnungen hier raufsetzen, die dann die Boni gewähren, die wir jetzt aus der Vergangenheit schon kennen. Und da können dann unter anderem auch irgendwo Wartungskosten-Rabatte oder so dabei sein. Ich finde jetzt bloß gerade schnell gerade keine Tarnung, wo wir dann nochmal extra Credits bekommen. Es gibt aber welche, da bin ich mir recht sicher. Hier zum Beispiel Winterstreifen können wir natürlich darauf anbringen, kriegen wir 30 Prozent Credit-Punkte mehr verbrauchen, dann haben wir halt diese Tarnung. Und das ist sicherlich auch ein Ansinn, was WG da verfolgt, weil du wie ich zum Beispiel sehr, sehr viele verbrauchbare Tarnungen habe und WG die vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen verknappen möchte. Und dann kommen wir zum nächsten Event in Update 011.3, denn da startet die neue Werft, die Atlantico-Werft und die wird die nächsten drei Updates, also nämlich 11.3, 11.4 und 11.5 auf dem Leiter verfügbar sein. Im Update 011.3 und 011.4 werden wir die Möglichkeit haben, Kampfaufträge zu erfüllen und dafür Werftbau-Token zu bekommen. Das heißt, 19 Token können wir uns erspielen, 22 Token brauchen wir, um diese Shift dann tatsächlich am Ende auch zu erhalten. Das heißt nach Adam Riese, dass wir drei Token uns kaufen müssen. Also wir müssen mindestens 3.900 Dublonen ausgeben, wenn wir eins der Starter-Pakete benutzen. Der ganze Bauprozess, wie gesagt, besteht aus 22 Phasen. Wenn wir diese Starter-Pakete nicht benutzen, kostet eine Phase 1.750 Dublonen übrigens. Wie immer gilt es hier auch, aus der Vergangenheit kennen wir das ja schon, wenn wir diese ganzen Phasen dann doch vorher kaufen sollten und diese Phasen dann trotzdem durch die Kampfaufträge nochmal erfüllen, dann bekommen wir dafür Stahl im Austausch. Wer jetzt ganz genau wissen möchte, wie das alles funktioniert, was wir investieren müssen und was bekommen wir dafür raus an Stahl, und das hast du ja nicht gesehen, dem lege ich natürlich unser dediziertes Video da nochmal ans Herz, blende ich gerade ein und gibt es auch unten in der Beschreibung natürlich, da geht es komplett um die Werft. Wie funktioniert sie, was kostet sie im günstigsten Fall, was kostet sie im teuersten Fall und was bekommen wir denn dafür dann raus, wenn wir wirklich das komplette Event durchkaufen sollten. Ganz am Ende steht auf jeden Fall die Atlantico, ein T-8 Premium Schlachtschiff der panamerikanischen Nationen. Dazu gibt es eine besondere Tarnung, einen Hafenliegeplatz und einen Kapitän, das kennen wir ja alle schon. Besonderheit des Schiffs, Hauptbatterie verschießt nur AP-Granaten und hat das größte Sekundärkaliber dann im Spiel, den ich mich recht entsinne, 234 Millimeter. Das ist zum Beispiel Kaliber Watichesh-Haier als schwerer Kreuzer bei den Briten, Premium-Kreuzer der Briten verschießt. Ich glaube, der ist gerade aktuell gar nicht mehr erhältlich, aber auch die Goliath hat 234 Millimeter oder eben die Drake eben auch aus dem Forschungsbau. Und jetzt kommen wir zu neuen grafischen Effekten im Update 011.3. Mit dabei unter anderem die Änderung bei den Flugzeugträgern, aber auch alle anderen Schiffe, die Flugzeuge haben. Also Aufklärungsflugzeug zum Beispiel sind davon betroffen. Die Tarnung, die das Seeschiff hat, die wirken sich nämlich jetzt auch auf die Flugzeuge aus. Hier bei der Lexington sieht man das jetzt, das Canada Day, den ich hier gerade drauf habe. Und jetzt als nächstes habe ich hier mal den Arche Autobot drauf gemacht. Dann haben wir hier die Tarnung in Gelb auf den Fliegern und so weiter. So sieht sie das halt komplett durch alle möglichen Tarnungen durch. Und wie gesagt, das wirkt jetzt eben auch auf die Aufklärungsflieger von Schlachtschiffen zum Beispiel. Die haben dann auch die entsprechende Tarnung. Nächster Effekt für Schiffe ist der Eis-Effekt. Denn auch der findet jetzt dann in Zukunft Anwendung. Besonders natürlich auf Karten, wo Eis oder Schnee auftritt. Selbst wenn es nur ein bisschen auftritt. Der ist nämlich dynamisch. Der Effekt, der passt sich quasi von Karte zu Karte an. Und auch nach Einfluss des jeweiligen Wettereffekts. Sind wir also in einem Eissturm unterwegs, ist das was anderes, wie stark unser Seeschiff mit Eis bedeckt ist. Und sind wir halt gar nicht im Eissturm, dann eben weniger. Außerdem werden auch Karten geändert. Und zwar Tränen der Wüste, Falle, Weg des Kriegers und Salomon bekommen eine Überarbeitung mit HD-Texturen. Einhergehend mit der Überarbeitung der Unterwasserwelt. Die wird jetzt nochmal ein bisschen besser dargestellt, auch in Periskop. Und hast du nicht gesehen, also die ganzen Sachen grafisch werden ein bisschen angepasst. Bei den Karten ist vielleicht noch zu erwähnen, dass das auch wieder mal das Balance-Team mit dabei war. Und dementsprechend die Karten auch leicht verändert werden. Bestimmte Erhöhungen quasi ein bisschen abgeflacht werden. Inselformen ein bisschen verändert werden. Und das nicht nur eine optische Geschichte ist, sondern auch tatsächlich Effekt eben auf die Gefechte auf den Karten jeweils haben kann. Über die grafische Änderung hinaus gibt es natürlich auch noch weitere Änderungen bzw. neue Inhalte. Eine der Änderungen betrifft die Petro Paps Lost. Das möchte ich hier einfach nochmal erwähnen. In der Community ist es ja bekannt, dass die Petro ein relativ stabiler russischer Kreuzer ist, der jetzt in Zukunft einen kleinen Nerf erhält, indem das Schiff ein paar Zentimeter weiter aus dem Wasser rausragt. Das sieht man hier, dass die Angriffsfläche an der Zitadelle ein bisschen höher ist. Und damit soll die Überlebensfähigkeit des Kreuzers etwas mehr angepasst werden, also weniger lang sein. Im Durchschnitt der Gefechte. Dazu wird dann auch die Taschkind angepasst. Die kriegt vom Tiefgang her ein bisschen mehr. Das heißt, sie wird etwas weniger aus dem Wasser herausragen. Nun kommen wir zur neuen Tarnung in World of Warships. In Update 011.3 wird die Maya eine besondere Tarnung erhalten. Und zwar den japanischen Lack als permanente Tarnung. Kennen wir zum Beispiel schon von der HIAT. Und eine Tarnung, die wir auch schon kennen, und zwar von der Fuso, ist die japanische Festung. Die kommt nämlich jetzt dann für die Nagato auf T7. Darüber hinaus wird es für die Aviere, den T6 italienischen Zerstörer, eine Community-Tarnung geben. Das wurde im Oktober, November, Dezember letztes Jahr gab es da so eine Ausschreibung in dem Bereich. Da konnte man was einsenden. Dann wurde abgestimmt. Und die Tarnung wird jetzt umgesetzt für den T6-Zerstörer. Und wie wir diese Tarnung erhalten, ist aktuell aber noch nicht klar. Dazu gibt es für die Ragnar eine neue Tarnung, Dusky All. Und weiter geht es mit der Hornet, einem Premium-Flugzeugträger der Amerikaner, der noch nicht im Spiel ist. Aber da kommt die Tarnung schon mal dazu, der Doodle Raid. Und es geht dann auch um eine verbrauchbare Tarnung, und zwar Constellation of Memory wird hinzugefügt. Dazu kommen neue Erinnerungsflaggen, sechs Stück, die ich euch gerade einblende, und dann auch neue Aufnäher- und Achievements. Also Errungenschaften. Ja, und das war ganz grob gesagt der Schnelldurchgang durchs Update 0.11.3. Ich finde es recht überschaubar, was an Änderungen in diesem Update bis jetzt stattfindet. Es ist ja Work in Progress, das heißt, da kann immer irgendwie noch was passieren. Auch ist die Frage, wie wir dann diese Event-Container für die Sammlung erhalten, was wir dafür machen müssen oder dürfen, schrägstrich. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Update 0.11.3 haltet. Vielleicht gibt es ja was, worauf ihr euch besonders freut. oder etwas, was ihr nicht so mögt, gerne konstruktiv themenbezogen unter dieses Video. Positiv wie negative Sachen immer gerne gesehen, solange sie eben konstruktiv und oberhalb der Gürtellinie bleiben. Ich danke jetzt sehr für eure Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Glocke drücken, nicht vergessen, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Danke jetzt sehr für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Andi und euer Seacross Team. Ciao, ciao. Ciao.